und damit heiße ich euch ganz herzlich willkommen zu einem neuen part von mario kart 8 deluxe online mit dabei ist der nico und wir starten jetzt auf der map excise bike jawohl ich bin zwar zweiter macht ja nichts so nicht über den schlamm hier fahren bremst immer so schön ja weiß ich war weg gesagt ich hab irgendwie heute ich hab echt gerade um das ist aber blöd nein du bist doch bekloppt mann 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 naja mann der muss mich ja auch genau treffen dann ist ja ich nicht mehr normal du das sage ich dir ja ja da jetzt tun sie mich aber hier alle abschießen alter da war wieder so ein junge ich werde hier richtig durchgenommen ja wenigstens ein paar pülze es gibt ja auch gerade ein bisschen chaos das muss ich sagen ich werde ich werde wieder irgendwie elfter oder zwölfter wahrscheinlich ich habe den einen mit der superhübe geknallt ich habe den einen mit der superhübe geknallt die gar siebter kann nicht wahr sein ich glaube auch der eine heißt einfach g und h ja dann sollte halt gehen kann auch nicht wahr sein kennst du nicht dieses eine geschäfte g und h hat nur ein c ja einmal g und einmal c eigentlich c und das erste oder eher gesagt der erste buchstabe im alphabet na gut ich will jetzt keine werbung dafür machen ja wir machen genug werbung schon ich sag nur mercedes ja genau wobei stehen ja auch immer noch fahr kostenlose werbung ich würde lachen wenn du ein product placement hattest ja ich würde aber schon geil wenn mercedes ein product placement mit dir machen würde das wäre echt nice aber das werden die nie machen oder besser gesagt produkt platzierung unterstützt euch produkt platzierung los geht's ja ich mag den mal gar nicht das geht aber ich hole mit den punkten langsam auf ne ja fehlen ja nur noch hundert so mario kart steht oben drauf ach echt ich konnte es jetzt nicht lesen weil ich äh kann nicht lesen ach komm fehl start ja ich hatte auch fehl start doch ich bin letzter ach komm nicht mein item ok ich sag jetzt schon mal ich bleib letzter oder so oh das ist nicht gut wenn ich erster werde dann wirklich dann ist es raus dann weißt du warum ich so oft erster bin ich bin halt einfach erster ähm ja das war jetzt gerade mal wieder betrug auf dem feinsten naja wieso betrug oh jetzt nicht mehr vielleicht jemand hat mir ein panzer nach hinten geworfen oh nicht gut sorry meint das muss sein nein verdammt ich wollte nicht mit dem stern hinten ach man das ist doch belastend neunter die neuen umgaben weißt du mal einen platz hey du lauch du hast dich so benannt hier schmeiß man warum hab ich dich nicht getroffen Mensch ich weiß es nicht ich hab doch den blauen panzer geworfen Mensch klar den hat er jetzt schon mal seit langem mal wieder jo und welcher platz sag mal wenn ich auf das besuchte ach so fünf ach so fünf naja ich komm näher was hast du da ja jetzt vierter ok ich hab nichts gesagt nö nö bitte ich will doch nur vor dir sein nein wer war das denn hier ey ey karma karma kommt immer kann doch nicht wahr sein nein 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 ah digga 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 lost siebter neunter alter digga das war so eine betrugsrunde ey das kann doch nicht wahr sein meine damen und herren äh der lauch hat verloren ja ne pixeliger so warte nehm mal jetzt äh ich würd sagen Steinblock Rina ja dann nehm ich auch Mann die ersten Parts die waren so gut und jetzt scheißen wir überste rein ja ich weiß nicht woran es liegt kann doch sein dass es an den Leuten liegt die hier mitmachen dass die einfach zu gut sind ne kann natürlich auch sein oder die hacken einfach nur na ne das ne ne Max merkt ja auch jetzt wir schieben es immer auf Hacker hehehe hehehe dann haben wir eine Ausrede naja aber ich glaub die hacken alle ich glaub Mario Kart kann man gar nicht hacken hm ich bin mir nicht so sicher ich weiß grad auch nicht so genau also ich weiß ja nicht wie das so läuft ja ja so sind wir mal gespannt ah ok ach komm der ach komm ach komm Marius Piste äh ich mag die Map gar nicht überhaupt nicht überhaupt nicht naja das ist die das ist die langweiligste Piste verstehste ah die naja oder wie heißt die kündelige Piste oder so ein kack Marius Piste ach hm 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 ich hab aus dem oh man wenn ich dich nicht bade hm ich hab dich gerade zwei Bananen geworfen gleichzeitig DIGA 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 Alter das kann doch nicht das kann doch nicht ich bin neunter ich bin fünfter das kann nicht sein Mann wer war denn das jetzt wir hatten der Typ nicht getroffen wir hatten der Typ nicht getroffen der war weit vor mir hat mich aber irgendein Typ getroffen ja ich weiß was das tun wäre ja das boah ja das wird jetzt die Leute haben wir jetzt schon mal verkackt ich wäre eigentlich jetzt gerade erster oder zweiter aber möchte glatt hm nicht mehr ach danke Yoshi hm ach traurig das war so ein bisschen wie das war der iPhone yes ach hi Max hi was ist das hier junge 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 wir stoßen hier die ganze Zeit zusammen hier das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein komm einmal komm lass mich erst damit komm lass mich bitte komm bitte mich nein das ach das kannst du doch nicht machen Niko bitte ach ich konnte in der Luft nicht abbremsen tut mir leid ich hätte es sonst gemacht klar kannst du abbremsen wie dann mit dem du einfach nach unten fliegst ok daran habe ich jetzt nicht gedacht aber es macht ja nichts Niko na komm mach mir wieder Exakt Bike oder Abwechslung ne wir machen ein bisschen Abwechslung ne hier ein bisschen die Steinruine da die Sandruine keine Ahnung wer das Ding da ist ah die staubtrockene Wüste die ist ja so das ist ja genauso staubtrocken wie meine Flachwitze man heh vielleicht wenn nicht sogar trocken also ich mach meine Flachwitze dann halt die Mietze vor allem so wir die nicht mal schon mal in einem Part weich gerade ja ich glaube im allerersten oder so ich weiß nicht mehr Varios Piste ah diesmal 150 nicht 100 let's a go es ist mal wenn du zweiter bist und ich erster bin dann bremst du dich ab na alles gut auf ganz auf ganz entspannt zieh einfach durch hast du dir dann schon verdient ne ich mach das ah ja ich glaube da heißt irgendwo noch Profi oder so ich will ja nichts sagen aber wie du weißt das letzte das kommt gerade erst auf diese schiefe Rampel da hm hm es weht da es weht doch weht ey ey wie ist denn das jetzt hier gewesen dummer blitz und dummer buch ey oh digger nicht euer ernst ich bin immer noch klein ich bin immer noch klein ok jetzt kriege ich noch einen roten Bandschaden digger muss ich irgendwas sagen ich glaube noch war Luigi ich bekomm dich nicht wenn es das letzte sagt doch ist das ein Chaos hier ja 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 mehr nicht ich nenne das ein bisschen anders wie denn hui warte ich hab jetzt super geflogen also ich wende das ein bisschen mit Fluk mit Salz ich bin so lustig ich dachte man kann den Blupa auch mit der Hupe wegmachen ach ich bin so lustig dachte man kann den Blupa auch mit der Hupe weg machen ja genau jetzt wo ich den Müll verwendet hab genau jetzt nein diesmal werde ich nicht abgezogen ja fünfter naja nur weil ich dachte man kann den Blupa auch mit der Hupe weg machen ja ok meine Damen und Herren das war es von diesem Part ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ich würde sagen wir sehen uns dann im nächsten Part tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.